Hallo meine lieben Freunde, ich werde mal wieder eine Runde Overwatch spielen, da totales Chaos mir sehr gut gefallen hat, und euch hoffentlich auch. Wir werden mal sehen, dass wir da nochmal ein Mädchen bekommen, in gegebener Zeit. So, ansonsten würde ich sagen, habe ich ja in letzter Zeit nicht wirklich gestreamt, hatte auch nicht wirklich Zeit, weil ich anderen Leuten zugeschaut habe, und geschaut habe, was man an Projekten machen kann, und versucht habe, auch ein paar Leute zu kriegen für Multiplayer, leider nicht so. Ein bisschen geklappt, aber naja, schaue ich weiter. So, Genshin nicht, den kann ich nicht so gut. Ne, Wadiba. Ansonsten wird natürlich Vikings demnächst wieder weiter gemacht, ich muss erst wieder spielen, halt in einer Session. Ich spiele ja Vikings in einer Session immer, halt immer ein paar Stunden am Stück, dürfte auch aufgefallen sein. Und ja, dann bereiten wir uns jetzt erstmal auf die Verteidigung vor. Diese Scheibe gefällt mir. Licht, Kamera, Action! Holy moment. Du weißt du, dein Sacklefeuer machte gar nicht mal so schlecht. Aber mir ist Alkohol mit ein bisschen mehr Tafeliebe. Wie vorhersehbar. Ein plumper Geschmack, passend für ein Eifel. Angreifer in 30 Sekunden erwartet. Ansonsten hat mein Krieg gedisst. Hm, da ist da nicht. Drau ist klein. Der hier hat eine große. Mit dich. Passt. Wie? Ansonsten sagt uns, wenn er kommt. Ich muss weiter erinnern. Wie? Ich muss noch mal ein paar Stunden. Da bin ich an. Wie ist es jetzt? Ich muss noch mal ein paar Stunden. Das sind teilweise am Krieg. Das ist da nicht, was? Ich bin beteiligt. Es ist eine sehr gute Zeit. Oh, mein Gott. Wir müssen den Strafzender. Oh, mein Gott. Oh, nein. Nach der Tür. My Cocot ist hier. Arsch, hast du das aufgeheim? Teleporter online. Das wird unsere Effizienz steigern. Weckskader. Vorsicht. Ein. So, die Ulti war leider nix. Na. Oh man, Leute geschützen. Wo bin ich da? Na, wer steht denn da oben? Heimlich. Spioniert. Den ist eh abgeguckt oder was? Und da kommt den Platz hier. Eins. Eins. Mein Teleporter wird angeblich. Dann ist eure gerechte Strafe. Seide auf. Nein. Nein, 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 nein. Ich war einfach so gut, dass sie nicht mehr. Mein Teleporter wurde verstanden. Wir fahren, der war nicht los. Puh. Möhm. Puh. 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 Werfen wir uns in Schaden. Nein, das ist nicht. So bin ich verdammt overpowered. Und hier unterteile ich den Punkt. Man, nur weil das Teilung brauche. Nehmen wir die da. Blöder Sombra. Aber zu wissen, dass du da bist. Das ist eure Gehechterstrafe. Patsche Händchen aus den Taschen und kümmert euch mal um den Punkt. Die Wacken. Um. Was? Tudu. Ich bin wieder da Dammit Weg dammit Genji einer mitgegeben Weg dammit Was ist denn knapp, raus holen? Was ist los hier? Geht an! Geht sooo Gut fest Wo geht das viel? Ist nicht auf den Punkt Interessiert nicht Der Punkt interessiert Beide aus, null problemo Das ist eure gerechte Strafe Da wolltest du so unbedingt mich haben Ist ja ein bisschen doof Genau In 15 K Street La 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 Sie nehmen den Punkt ein Nein tun sie nicht, yay Highlight des Spiels What? Wie ist denn geile Zunger? Ist das so geil? Achso, dass sie gehen noch nach jetzt? So Ja Ja Ausnahmsweise Juuuut Dann Wenn wir es mal nicht verlassen Dieses Schöne Fenster hier Das hier Das hier Öffnen Dann war dies Eine Folge Overwatch Für euch Ich werde doch wieder mehr Overwatch machen Und ja Hoffen es hat euch gefallen das Video Und ja Hinweise Anregungen Alles in die Kommentare Ansonsten Liken Abonnieren Teilen Und Einen schönen Tag haben noch Bis zum nächsten Mal